meine damen und herren herzlich willkommen heute um 18 uhr gibt es einen neuen minecraft live stream auf einen twitch kanal zusammen mit dem fans wir werden den neuen also neu ist die welt immer aber wir werden den freizeitpark beziehungsweise das oktoberfest in münchen zusammenspielen vielleicht kommt später noch mal der mr q wieder zu wer sehr schön aber das wissen wir alles noch nicht und jetzt wünsche ich euch alle noch einen traumhaften tag wir sehen uns um 18 und auf twitch.tv schwener let's play